Herzlich willkommen zurück zu GnP One TV live aus Weißensee, der Rökelstraße, zu Sprawl & Brawl 4. Neben mir Billy Hauschild, der gerade mit einer beeindruckenden Guillotine gewonnen hat. Wie fühlt sich das an für dich, Billy? Ja, überwältigend. Vor allem MMA-Debüt, Premiere gefeiert, Adrenalin kocht, mein Kopf war total voll. Und jetzt den Sieg zu feiern und dann noch mit Submission, also ich bin überwältigt, eindeutig. Aber Glücksgefühle sind da sonst wie hoch. Schmerzen, wie fühlst du dich? Ja, immer noch ein bisschen Adrenalin drin, weil ich selber nichts mitbekommen. Man hat sie auch gesehen im Kampf, gleich blutende Nase, seine High-Kicks, die kamen exzellent rein. Aber davon mich beeindrucken lassen, immer weiter rauf, Takedowns und dann versucht, ihn am Boden zu bekommen. Also ich wollte den Sieg haben, den Sieg wollte ich. Wir haben es gesehen, es war wirklich ein sehr wildes Match, muss man sagen. Du mit der Guillotine immer wieder angesetzt. Hast du gedacht, du kriegst ihn damit auch schon in der ersten Runde vielleicht? Ich habe es gehofft. Er hat sich immer wieder am Boden rausgewindet. Ich habe ihn versucht zu halten am Boden. Immer wieder rausgekommen. Hat mich dann noch ein bisschen gewurmt, aber zum Glück, kurz vor der Pause, habe ich ihn nicht mehr kommen. Eindeutig. Wie hast du dich denn explizit auf diesen Kampf vorbereitet? Tägliche Trainingseinheiten. Zusammen mit Umzugstress und so, vor allem in der letzten Zeit der Vorbereitung, immer wieder ein paar Probleme gehabt. Trotzdem immer versucht, weiterzubeißen, keine Pausen zu machen, tägliches Training. Wie geht es jetzt weiter für dich? Wann sehen wir dich wieder kämpfen? Erst mal sacken lassen, alles Revue passieren lassen, in Ruhe auswerten, wieder reinkommen mit Training. Und dann in naher Zukunft, ich bin angefixt, ich will mehr. Ja, das hoffen wir auch, dass wir dich weiterhin sehen. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch von uns und sportfrei. Nochmal herzlichen Glückwunsch auch von uns und sportfrei. Bis zum nächsten Mal.